Willkommen auf Glemba, deinem Steinchen-Kanal. Ja und heute habe ich für euch die 7669 und zwar Anakin's Jedi Starfighter aus 2008, genauer gesagt 1. Januar 2008 bis 31. 12. 2009 und ihr seht schon, es ist nicht viel dabei, aber ein super Set. Wir haben 153 Teile und zwei Minifiguren und eine UVP von 25,99 Euro. Ja, soviel dazu, ihr seht. Wie gesagt, es ist nicht viel, allerdings ist es, sage ich mal, ein etwas voreingenommenes Review, denn dieses Set war mein allererstes Lego Star Wars Set, das ich mir eben jemals gekauft hatte und so mein erster Berührungspunkt war eigentlich und seitdem ging es immer kräftig weiter mit dem Sammeln und ja, Anleitung haben wir natürlich auch am Start, die ist tatsächlich gar nicht mal so dick und wir gucken mal rein, ja hier hinten noch so ein bisschen Werbung und so, da haben wir noch ein paar alte Sets, da habe ich tatsächlich die linke Seite komplett, die rechte Seite, das hier, die 7670 habe ich leider nicht, ein Kumpel von mir hat es aber, ich hoffe mal, dass ich es vielleicht irgendwann von dem abkaufen kann und da unten die 7672 hat mich damals irgendwie nie so interessiert, das Set, ja gut, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie der Preis von dem Set heute ist, weil es damals, glaube ich, wirklich nicht so sehr gefragt war, aber gut, wir gucken mal hier rein, Farbsäuche haben wir keine, die Funktion zeige ich euch gleich, also dieses eine Blatt hat eben schon quasi alles gezeigt, was dieses Set kann und auch hier, ja, gelb und dark bluish grey, ein bisschen light bluish grey mit dabei und das war es schon. Achso, genau, was ich noch zeigen wollte, bei dem Set war es damals so, ja, es gab noch keine nummerierten Tütchen, sondern da hat man alles hingekippt und dann wurde empfohlen, dass man die Farben auseinander sortiert und, ja, die Bauschritte sind teilweise noch so zum Suchen gewesen, was man jetzt wohin klicken muss, aber hat Spaß gemacht und ich meine, wir haben es doch alle zusammengebaut bekommen damit, von daher, ja, anderes Thema. So, wir holen mal den Kollegen nach vorne so ein bisschen, zack, und wir gehen erstmal auf die Minifiguren ein und ganz ehrlich, ich denke, jeder, der schon ein, zwei Jährchen Star Wars sammelt, also Lego Star Wars sammelt, hat diese Figuren. Zum einen haben wir R2-D2 in der, ja, alten Ausführung, den habe ich bestimmt zweimal, dreimal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also den habe ich sehr, sehr, also den habe ich tatsächlich gar nicht so häufig, wie es sein, oder, tatsächlich habe ich ihn zweimal nur, zwei, dreimal, ich weiß es nicht, aber der kam in ganzen 14 Sets vor. Also 14 Sets wurden mit diesem R2 befüllt und deswegen kostet der heute auch nur noch etwa 2,20 Euro, aber, ja, irgendwie für mich ist das die wahre R2-D2-Figur, ihr kennt sie, ja, vorne bedruckt, der Kopf bedruckt, aber nur so zur Hälfte, als ob es so eine Mütze wer die aufhätte, ja, ihr wisst, ihr kennt es bestimmt alle, die Figur, aber, ja, es ist eine ikonische Figur in meinen Augen und, ja, 2,20 Euro überrascht mich so ein bisschen tatsächlich, dass die so viel noch wert ist, ich hätte gedacht, die wäre bei einem Euro oder so und danach kommen wir auch schon direkt hier zu Anakin, das ist die zweite Figur, wir haben hier ein Clone Wars Set, ja, deswegen Anakin Clone Wars Variante mit den extremen blauen Augen, oh, ihr seht es, ihr seht es, glaube ich, fast gar nicht so, ähm, der kostet etwa 3,10 Euro heute und der war insgesamt in 9 Sets vertreten, es ist keine besondere Figur, ja, also, der Torso ist bedruckt, der Rücken nicht und sonst auch gar nichts, also, Gesicht bedruckt, kein Wendegesicht, also, es ist wirklich ein Standard, äh, eine Standard-Minifigur, sage ich mal, ziemlich basic, den habe ich auch, glaube ich, mittlerweile 3 Mal oder so, ich weiß es nicht genau, aber, ähm, ja, wie gesagt, in 9 Sets erschienen und sehr günstig, sagen wir es mal so, aber ich muss sagen, mit der Figur und auch R2, da hatte ich damals riesen Spaß mit, also, ich hatte den ja auch im ATTE damals dann quasi nochmal doppelt bekommen, hier den Kollegen und es war mir egal, ich habe so viel Spaß mit diesen Figuren gehabt, das ist der Wahnsinn, also, ähm, dieses Set weiter, dass immer mehr Sets dazukamen, ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Gut, so, Figuren beiseite, Anleitung haben wir auch schon abgefrühstückt und, ähm, vorneweg möchte ich sagen, das Set hat sehr viel, äh, Spielzeit auf dem Buckel und die Teile klemmen alle nicht mehr so gut, wie es mal damals war und, ähm, deswegen nicht wundern, wenn der, äh, vielleicht ein bisschen auseinanderfallen könnte oder sonst was oder zusammenklappt, dass, ähm, ähm, ja, der hat sein Geld schon verdient und, äh, ich bin ganz froh, die Sticker hier vorne zum Beispiel, die sind noch wie neu, das hier war, glaube ich, ein Print, ja, das Teil hier, das war ein Print, hier haben wir noch einen Sticker, die Fahne ist ein Sticker und da haben wir noch einen Sticker und das war es auch schon, der Rest, was man irgendwo sehen könnte, ist, wenn dann bedruckt, aber, wie gesagt, da ist noch nicht so viel los gewesen, was haben wir hier an Funktionen? Also, wir haben erst einmal hier unten drei Standbeine, ja, ihr seht es hier vom Fahrwerk, die können wir erstmal einklappen alle, so, zack, weg und, ähm, dann hat er mehr diese Pfeilform, haben die anderen Starfighter auch, ist jetzt nichts Besonderes, dann, ähm, die Flügel kann man hier so ein bisschen anwinkeln, dass er halt so ein bisschen mehr diese Form hat, wie in The Clone Wars, ja, funktioniert, ähm, klappt bei mir nicht mehr so gut, wenn ich die, äh, Beine ausklappe und den hinstelle, dann ist er wieder gerade, ja, die Teile sind, wie gesagt, schon etwas älter, ich könnte da sicherlich mit ein paar neuen Teilen nachhelfen, dass es wieder, äh, halbwegs steht, aber lohnt sich, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich. So, was haben wir noch an Funktionen? Wir haben hier unten zwei Flick Missiles, oder diese, diese Raketen, die man so rausflickt und das funktioniert nie auf Anhieb. So, diese zwei sind abgefeuert und, äh, damit haben wir schon einen Großteil der Funktionen von dem Setup ge, äh, frühstückt, sage ich heute ein bisschen häufiger gefühlt. Naja, ähm, und zwar, wir nehmen R2, der gehört hier vorne rein, so, zack, und dann haben wir hier hinten diesen blauen Pin und mit dem können wir R2 rausschleudern. Ja, jetzt haben wir gefühlt alle Spielfunktionen gesehen. Hier oben, das Cockpit können wir aufmachen, da können wir Anakin reinsetzen oder irgendjemand anderem natürlich, machen wir Deckel drauf und dann geht's weiter. Und, ähm, dann haben wir hier noch, meines Wissens, das, äh, da, da war ich mir zumindest sicher, nee, tatsächlich hat dieses Set kein, äh, Lichtschwert Griff unten drunter, um das Lichtschwert anzubringen. Das hatte ja damals der, ähm, äh, Darth Vader's TIE Fighter, der hatte sowas. Das Set hier nicht, ich dachte tatsächlich kurz, das hätte das noch, aber nee, äh, genau, der hatte das noch nicht. Und, ähm, ja, da musste man immer, das hab ich so gemacht, das Lichtschwert auseinandergebaut, hier oben reingeworfen mit der Figur und dann, äh, ging das los, damit man's ja nicht verliert. Aber gut, das, äh, war's tatsächlich schon zu diesem Set. Mehr braucht man fast nicht sagen. Es ist, ähm, naja, nicht das schönste Set. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist nicht, äh, das ausgefeilteste Set und, äh, ein super Bild. Es ist sehr, sehr rudimentär. Es ist sehr, ähm, basic gehalten, sehr viele Plates einfach nur verbaut. Und, ähm, da gibt's schon schönere Starfighter. Nur muss ich ehrlich sagen, für mich war's damals so dieser, das war einfach das Set damals, zu der Zeit. Ihr wisst, ich glaube, was, der Film war draußen, äh, zu der Zeit, glaube ich schon. Ja, doch, müsste. Und, ähm, da wollte man diese Figuren haben. R2 und Anakin wollte man haben und den Starfighter dazu. Das war damals super. Also, es war super, ein super Einstiegsset für mich. Und, ähm, bei der UVP 25,99, ich hatte im Kopf, dass ich immer 27 bezahlt hätte für das Set. Es kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Ähm, wäre auf jeden Fall krass, wenn ich's damals über UVP-Preis gekauft hätte. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall 25,99. Damals, heute kostet der so 18 Euro oder 20 Euro irgendwo in dem Bereich. Muss ich sagen, ähm, wegen den Figuren lohnt sich's nicht. Wegen dem Fighter, ähm, eher so mittel. Also, wenn man den nicht hat, die Figuren schon hat, dann braucht man den eigentlich nicht zu kaufen. Das sei denn, man sammelt halt alle Starfighter. Aber, ähm, bei dem Set verpasst man wirklich nicht viel. Es ist eher für mich ein individueller, äh, individueller Wert. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, emotional hat das Set für mich natürlich eine größere Bedeutung. Für jeden, der schon länger sammelt oder vor kurzem erst angefangen hat, wird es wahrscheinlich ein 0815 Set sein. Und, ähm, das ist es irgendwo halt auch. Ja, also, wir haben jetzt zwei Figuren, die wurden uns nachgeschmissen. Das Set ist so mittelmäßig. Also, hm, ganz so gut, äh, ja, ist das Set eigentlich nicht. Aber ich kann jetzt auch kein vernichtendes Urteil fällen. Dafür hab ich das Set viel zu gerne. Aber, wie gesagt, einfach nur, weil es mein allererstes Set damals war. Und, ähm, ja, das soll's auch gewesen sein. Mich würde's mal interessieren, wer von euch das auch als erstes Set damals hatte. Und, ähm, oder was euer Set generell war, was ihr als allererstes hattet, ähm, von Lego Star Wars. Und, ähm, würde mich mal wirklich interessieren. Da kann man auch schön dran sehen, wie lange jemand schon dabei ist. Und bei mir, wie gesagt, es sind 14 Jahre schon. Seitdem ich das, äh, Set quasi gekauft hab, sind 14 Jahre vergangen. Und ich hab's immer noch. Und hab mittlerweile viel, viel mehr dazu gekauft. Also, es ist schon irgendwie, äh, nostalgisch, wenn man sich so dran erinnert, wann das Ganze losging. Ich weiß noch genau, wo ich's gekauft hab. Und, äh, wann ich's zusammengebaut hab. Und wie ich da mitgespielt hab. Und, und, und. Also, ähm, ich glaub, das erste Set haben die wenigsten verkauft. Und die, die's verkauft haben, ärgern sich heute drüber, oder dass sie's einfach nicht mehr haben, weil's dann doch wirklich einen sehr hohen ideellen Wert hat. Da war das Wort auch wieder. Vorhin hab ich gesagt, individuell, äh, jetzt bin ich grad wieder verwirrt. Was hab ich denn grad gesagt? Egal. Ich sollte hier Schluss machen an der Stelle. Ähm, lasst gerne eine Bewertung da oder ein Abo. Und, ähm, schreibt mir, wie gesagt, gerne rein, was euer erstes Set war. Und wie ihr das Set findet, wenn ihr das denn habt. Von den Figuren, über die Figuren brauchen wir, glaub ich, nicht reden. Die sind solide, aber halt nichts Besonderes. Und ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.